MIMP, das ist ganz einfach, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das sind die Fächer, alles von Physik begonnen, über Ingenieurswissenschaften, Mathematik, Bauingenieurwesen, also alles was irgendwie naturwissenschaftlich geprägt ist. Hier bei Talent Takeoff erleben die Schülerinnen und Schüler relativ viel. Mal live eine Vorlesung und auch Experimente durchführen und dann führen wir das hier wieder in einem kleinen theoretisch praktischen Rahmen zusammen, um dann am Ende eigentlich zu sagen, was sind denn die nächsten Schritte in meinem Studienwahlprozess.